Ja, Kai Lindemann, ich will mit dir über dein Buch sprechen, das vor kurzem im Verlag Westfälisches Dampfboot erschienen ist. Die Politik der Rackets zur Praxis der herrschenden Klassen, das ist der Titel. Und ich fände es am Anfang ganz interessant zu erfahren, wie du vielleicht dazu gekommen bist, dich mit diesem Begriff des Rackets zu beschäftigen, auch vor dem Hintergrund, dass es so eine lange Begriffsarbeit von dir schon ist. Also was ist vielleicht für dich das Schillernde an diesem Begriff, denn so lange sich auch daran abzuarbeiten? Ja, das ist eigentlich eine typische Frage, die einem auch in Deutschland gestellt wird, weil wie man ja schon weiß, beziehungsweise wie man schnell erkennt, ist der Racketbegriff natürlich kein deutscher Begriff und ist aus dem amerikanischen Slang sozusagen entnommen. Die Auseinandersetzung um diesen Begriff ist im englischsprachigen Raum viel, viel weiter als bei uns. Hier würde man dann vielleicht irgendwie so ein bisschen Klüngel klicken oder wie auch immer sagen, wobei das in dem Kontext jetzt auch nicht weit genug reicht. Die Frankfurter Schule, also insbesondere Horkheimer und Adorno, haben diesen Begriff in ihren Exiljahren der 30er und 40er Jahre in der amerikanischen Debatte entnommen. So ist er sozusagen in die kritische Theorie gekommen und auch gleich in der Dialektik der Aufklärung in den 40er Jahren thematisiert worden. Also dort taucht der Begriff ähnlich, auch wie im Übrigen der Ticketbegriff, also beide klingen ja auch ein bisschen ähnlich, taucht in der Dialektik der Aufklärung auf ein bisschen Synonym, weil man muss sich immer fragen, wie wird der hier gebraucht und was bedeutet der eigentlich? Und lange Zeit war es halt auch nicht so richtig klar, also hat man den Begriff auch eher so ein bisschen überlesen. In den 80er und 90er Jahren wurden die nachgelassenen Schriften in der Gesamtausgabe von Horkheimer veröffentlicht und dadurch konnte man diesen Begriff ein bisschen stärker recherchieren, was Horkheimer eigentlich mit diesem Begriff bezweckt hat. Und so bin ich dann auch im Studium mehr oder weniger auf das Thema gekommen und fand eigentlich von vornherein diesen Begriff aus zwei Gründen ganz interessant. Also zum einen ist es ein Begriff, so wie er in der kritischen Theorie, aber im Übrigen auch in vielen anderen Texten, also gerade im angelsächsischen Raum verwendet wird, ein Begriff, der versucht, den Elitenbegriff mit dem Klassenbegriff zu verbinden. Also um es mal ein bisschen salopp zu sagen, weil wir ja häufig so in der sozialwissenschaftlichen Diskussion oder in der Sozialkritik ist es immer so ein bisschen schwierig zu sagen, ja die Eliten und die Eliten sind abgehoben und die Eliten sind weit weg von der Gesellschaft. Und da versucht der Racketbegriff eine Verbindung herzustellen. Das ist die eine Dimension, die ich ja auch in meinem Buch stark mache, wofür ich diesen Begriff sehr tauglich finde. Und der zweite Ansatzpunkt ist eigentlich der, dass er staatstheoretische Implikationen hat. Also die gehen dann natürlich auch so ein bisschen in den Bereich, aus dem der Begriff kommt, also sprich halt ein bisschen mehr so in die kriminologische Ecke, inwieweit der, ja ich versuche es auch mal ein bisschen einfacher zu sagen, inwieweit es eigentlich Ähnlichkeiten gibt zwischen Mafia-Organisationen und herrschenden Klümmel, um es mal ein bisschen salopp zu sagen. Also wo dort eigentlich staatstheoretische Ansatzpunkte sind, im Sinne von eigener Souveränität, Gewalt, Loyalität, Schutz. Das sind eigentlich so die Grundpfeiler, weshalb ich an diesen Begriffen großes Interesse hatte. Und auch die Grundpfeiler, die in dieser, muss man auch nochmal mit aller Deutlichkeit sagen, fragmentarischen Verwendung der Frankfurter Schule, also der fragmentarischen Racket-Verwendung der Frankfurter Schule interessant sind. Ja. Du hast jetzt schon gesagt, in diesem Begriff des Rackets gibt es sozusagen ein Zusammengehen von Staatstheorie und von Klassentheorie und du hast auch schon Implikationen dieses Begriffes angedeutet. Also das ist ja vielleicht auch für Hörerinnen und Hörer am Beginn eines solchen Gesprächs doch vielleicht ganz nützlich nochmal sozusagen so ein paar Anhaltspunkte nochmal kurz vielleicht zu geben, was diesen Begriff des Rackets ausmacht. Das meint ja nicht eben den Tennisschläger, sondern es meint so parastaatliche Strukturen, Gangs und Banden sind angesprochen worden und sozusagen ja trotzdem auch irgendwie ein Zusammenhang mit dem, was staatliche Strukturen sind. Was würdest du denn sagen, wenn man sozusagen mit diesem Begriff des Rackets erstmal sich orientieren will, was gehört zu diesem Begriff dazu, was macht ihn aus? Ja klar, also wir müssen das natürlich ein bisschen von dieser abstrakten Ebene der kritischen Theorie, wo natürlich in erster Linie begriffliche Implikationen, Auseinandersetzungen vorhanden sind, ein Stück weit auch auf die Empirie mal bringen. Und das ist natürlich eigentlich auch noch die große Aufgabe, um diesen Begriff auch noch stärker zu entwickeln. Also ich habe in meinem Buch erstmal Ansatzpunkte geliefert, wo dieser Begriff für mich relevant ist. Eigentlich müsste man ein riesen Forschungsprogramm auflegen für Rackets Studien in allen möglichen Bereichen. Aber um es mal konkret zu sagen, also der Rackets Begriff ist natürlich anwendbar für Failed States, wie wir sie haben, also wo Gangs herrschen. Wir schauen uns Libyen an, Milizen, die bestimmte Räume unterwerfen und dort versuchen eben halt sozusagen eigene parastaatliche Institutionen zu schaffen, wie wir sie auch von der Mafia kennen. Und nicht ohne Grund kommt dieser Begriff auch aus dem Amerikanischen. Wenn man sich anschaut, wie solch parastaatliche Gebilde, wie im Chicago der 30er Jahre dort Al Capone über bestimmte Bereiche geherrscht hat, muss man ja offen sagen. Also auch im Grunde genommen, kann man schon beinahe auch aus gewerkschaftlicher Perspektive sagen, einer der größten Gewerkschaftsführer war, weil er Unternehmer bedrängt hat. Im Grunde genommen Unternehmen halt ausgepresst hat aus der Perspektive der Arbeiterklasse. Also das ist eine andere Form von Klassenkampf gewesen durchaus, als die Form, die wir in Europa kennen, weil in den USA der Klassenkonflikt halt weniger institutionalisiert ist, offener ist, archaischer ist, muss man mit aller Deutlichkeit sagen, und sich dementsprechend die Seite der abhängig Beschäftigten mehr den Prinzipien der herrschenden Klasse, also der besitzenden Klasse anpassen musste, mit allen Mitteln. Wir sehen das später bei Lucky Luciano an der Ostküste. Die Amerikaner mussten mit ihm vor dem Kriegseintritt verhandeln, dass auch ja die Häfen einigermaßen unter staatlicher Kontrolle der USA sind und nicht frei unter einer Mafiakontrolle, das sind parastaatliche Formen, die wir in anderer Art und Weise, muss man mit aller Deutlichkeit sagen, tagesaktuell in den vielen Leaks der Papers, Panama Papers, Pandora Papers, wie sie alle heißen sehen, wenn wir uns dort die Namen anschauen, die Netzwerke anschauen, die personellen Verflechtungen anschauen, dann hat man den Eindruck, da bauen Rechtsanwaltskanzleien, Beratungsfirmen, ähnliche Strukturen in staatsfernen Räumen auf, also sprich halt Bermuda, Panama und wohl wie auch immer da irgendwie ihre Briefkatzenfirmen haben, die vom Prinzip her ähnlich sind, wie wir sie bei der Mafia, wie wir sie bei den Failed States haben etc. Also das sind alles Ansatzpunkte, die wir im Übrigen auch tagtäglich beinahe in den Skandalen sehen, ob wir uns die Kurzaffäre in Österreich anschauen, den Cum-Ex-Skandal in Deutschland oder noch viel stärker den Wirecard-Skandal bis hin zur Dieselaffäre. Wenn wir uns diese Akteurskonstellationen anschauen, wie die eigenständig Normsetzungen machen beziehungsweise sich selber beinahe regulieren und freihändig agieren, dann sind das alles vom Prinzip her dieselben Strukturen, die ich in meinem Buch als Racket-Muster beschreibe. Also dieser Begriff des Racket-Musters politischer Praxis ist halt einer von Horkheimer, den ich halt sehr treffend finde, weil er damit nicht so, wie wir das eigentlich fast sonst immer machen, nur auf Strukturen rekurriert, also nur guckt, der muss dabei sein, der muss dabei sein, in irgendeinem Klickenklungel, so wie wir ja häufig Eliten denken, sondern er thematisiert das Racket-Muster als ein Praxismuster. Also wie stehen diese Akteure, ob wir die nun bei den Paytors nehmen, bei Fade States nehmen, überhaupt uns anschauen, wie Manager agieren. Wenn wir uns diese Praxismuster anschauen, wie Menschen im engeren Kreis beschützt werden, in welche Loyalität eingefordert wird, wie womöglich kriminelle Gelder hin und her geschoben werden, dann sind das immer dieselben Prinzipien, dieselben Praxisprinzipien und die versuche ich herauszuarbeiten. Zum Verständnis vielleicht eine Nachfrage, weil du jetzt eben die Failed States genannt hast und da sozusagen in dem Zusammenhang der Racket-Begriff sinnvoll ist. Gleichzeitig bekommt man ja in deinem Buch eine Ahnung davon, dass sozusagen das Racket nicht das ganz andere ist zu den staatlichen herrschenden Strukturen, wie wir sie kennen, wo man ja vielleicht leicht nach Libyen zeigen kann und sagen kann, da funktionieren staatliche Strukturen nicht. In deinem Buch gibt es ein Zitat, wo du sagst, das Racket ist das Urprinzip der Staatlichkeit. Und das finde ich ganz interessant. Was würde dann vielleicht trotzdem das Racket von der offiziellen staatlichen Struktur auch unterscheiden? Also erstmal muss man natürlich sagen, mit aller Deutlichkeit, also ich beschreibe das Racket, also so beschreibt es vom Prinzip her die kritische Theorie auch. Und viele andere, die diesen Begriff nutzen, also auch in der Sozialwissenschaft, in der amerikanischen Sozialkritik wird er sehr häufig verwendet. Also es ist nicht nur die Frankfurter Schule. Und dort wird er immer nur als, das ist halt immer so ein bisschen schwierig bei dem Urprinzip, also dort wird er natürlich in seiner offen, aggressiven Form immer nur als eine Möglichkeit gesehen. Per Praxis im Staat. Oder um es anders zu sagen, also die Racket-Theorie sagt nicht überall sind Rackets und Bandenherrschaft und etc. So versuchen zwar einige an der einen oder anderen Stelle die Racket-Theorie zu interpretieren, aber das wäre ein bisschen über das Ziel hinaus geschossen. Trotz alledem, um auf deine Frage konkret zu kommen, es gibt diesen, man weiß gar nicht mehr, wer den erfunden hat oder wo der herkommt, zum Teil auch in der Tradition der Staatstheorie von Thomas Hobbes, die auch immer, naja, also die man auch immer mit Sandhandschuhen anfassen muss, aber das ist eben halt sozusagen die Urstaat-Theorie im westlichen Denken. Das kann man nicht bestreiten, das macht Graeber jetzt in seinem neuen Büro auch wieder auf. Hat man dieses eine Urprinzip, Schutz gegen Gehorsam, also Schutz, wie wir das auch bei Schutzgelderpresserbehandeln kennen, also deshalb ist dieser Racket-Begriff auch so interessant. Im formalen staatlichen Prinzip ist es natürlich nicht Schutzgeld, sondern Steuergeld, also man zahlt seine Steuern und hat eine gewisse Leistung. Bei der Mafia ist es eben halt, sie rennt rum und sagt, ich beschütze euch, wenn ihr Schutzgeld bezahlt, man weiß zwar nicht immer so richtig, wovor man beschützt wird, genauso wenig weiß man halt auch beim Staat nicht so richtig, wofür man die Steuern zahlt, aber das sind nochmal Klein-Klein-Fragen. Vor diesem Prinzip steht eigentlich die alte These, ich hadere damit deshalb, weil man weiß, kann die gar nicht so richtig zuordnen, die These des Staates als institutionalisierter Räuberbande. Also das beschreibt eigentlich dieses Urprinzip, wie Staatlichkeit entsteht. Und institutionalisiert heißt halt, wir machen hier ein Prinzip auf, ein Prinzip, das bestimmte Elemente hat und das haben wir halt sozusagen in den Urformen, also Elemente hat von abgegrenzter Raum, von Reproduktionsraum, das ist ja das, was uns auch immer in den Wohlstandsfragen interessiert, mit Bruttoinlandsprodukt, Arbeitslosenquote etc. Ein theologisches Prinzip muss man dazu rechnen, zu diesen Urstaatsprinzipien, also es gibt eine Ideologie, die Dinge wie Schuld und Gemeinsinn thematisiert, also wem ist man etwas schuldig, dieses archaische Prinzip kommt immer wieder durch, wenn es heißt, niemand darf faul rumliegen, alle müssen schön arbeiten. Das sind halt sozusagen die Dinge, die im Racket-Prinzip auftauchen, als auch in der Staatsanthropologie, sag ich mal. Und das ist eine Dimension, die uns häufig auch gerade in der linken Debatte, in der kritisch linken Debatte verloren geht. Da waren die kritische Theorie und Horkheimer und Adorno ein bisschen weiter, die waren ja in vielen Dingen, was die linke Debatte betrifft, ein bisschen weiter. Also kurz gesagt, es gibt dieses staatliche Prinzip nicht nur in dieser formalen institutionalisierten Räuberbande, sondern dieses staatliche Prinzip kann sich auch diversifizieren, wie es eigentlich immer der Urzustand war. Also dass wir nicht nur einen monopolartigen Staat haben, der ist ja erst durch den Absolutismus entstanden, sondern früher mit den Fünften, mit Religionsgemeinschaften etc. gab es eigene Souveränitätsräume mit eigener Gerichtsbarkeit, mit eigener Theologie sozusagen, mit eigenen Reproduktionsprinzipien. Und da kam natürlich auch das Racket-Prinzip schon zum Tragen. Also Zünfte oder wie sie dann später sozusagen illegal im Untergrund weiter agiert haben, die Freimaurer oder sowas. Das ist natürlich naheliegend, ist so eine alte Verschwörungsnummer, die ja immer auch einen kleinen Aspekt von Wahrheit haben. Das sind natürlich Racket-Formen, das sind Rackets-Praxis-Formen, wie wir sie sehen. Und die uns heute auf den Finanzmärkten mit den großen Monopolen auch vor Augen stehen. Also deshalb finde ich das auch immer komisch, dass die linke Kritik immer nur auf so ein, das schreibe ich ja auch in meinem Buch, immer nur auf so ein bisschen veraltetes Staatsprinzip fokussiert ist und gar nicht kapiert, also um es mal ein bisschen salopp zu sagen, dass wir es mit Facebook, Microsoft, Google im Grunde genommen schon mit Formen von Parastaatlichkeit zu tun haben, die nicht von ihren Grundprinzipien so weit entfernt sind, von Mafia, Fade, State etc. Ja, auf die linken Debatten und auf das Problem der Verschwörungstheorien können wir gleich vielleicht auch nochmal zurückkommen. Vielleicht sozusagen ein Stichwort von dir aufgegriffen. Du hast gesagt, Schutz gegen Gehorsam. Und das verhilft einem ja vielleicht dazu zu verstehen, wie Herrschaft überhaupt funktioniert, wie Klassengesellschaft funktioniert. Und das ist ja eigentlich das Interessante. Der Untertitel deines Buches lautet Zur Praxis der herrschenden Klassen. Und das ist was, was du betonst. Du sagst, wenn es um die Kritik der Klassengesellschaft geht, dann muss man sich eben auch konkret anschauen, wie handeln sozusagen herrschende Klassen, wie handeln Kapitalfraktionen, wie handeln ja sozusagen Teile des Staates oder wie handeln sozusagen gesellschaftliche Gruppen, die auch vielleicht gerne Teil des Staates wären, obwohl sie es noch nicht sind. Und das heißt sozusagen, Praxis der herrschenden Klassen muss man sich anschauen, weil man sonst nur die eine Hälfte eben der Gesellschaft hat. Und trotzdem gibt es ja, und das betonst du auch, sozusagen einen Zusammenhang zwischen dem, wie die herrschenden Klassen handeln und dem, wie sich sozusagen die ausgebeuteten, unterdrückten Klassen verhalten oder wie sie auch eingebunden sind. Da kommt dieser Begriff der Beutegemeinschaft ja ins Spiel, der mir sehr maßgeblich zu sein scheint für den Begriff des Rackets. Was würdest du denn sagen, was für eine Rolle spielen die unterdrückten, ausgebeuteten Klassen in diesem Begriff des Rackets? Also ich versuche, zumindest so bin ich mehr oder weniger so ein bisschen in meiner Kapitalismus-Theorie geschult worden. Und so ist die Kapitalismus-Theorie auch der Frankfurter Schule, also, oder um es mal konkret zu sagen, wenn wir von Kapitalismus-Theorie reden, dann dreht es sich um die Kritik der politischen Ökonomie. und die zielt halt auf das Kapitalverhältnis, also auf ein Verhältnis. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig, das immer wieder zu betonen, dass es sich hier um ein Verhältnis handelt und nicht um ein Nebeneinander, wie auch immer, untereinander, übereinander oder was auch immer, sondern um ein Verhältnis. Das Kapitalverhältnis drückt ja erst diesen Zusammenhang zwischen herrschender Klasse und abhängigen Klassen aus. Abstrakt gesprochen, also noch nicht realpolitisches, sondern abstrakt gesprochen. Und dieses Kapitalverhältnis ist natürlich determiniert, wie wir das immer so schön marxistisch sagen, über die Rechtsform, über die Wertform, über die Politikform. Und wenn man jetzt sozusagen stärker in eine Kritik der politischen Ökonomie reingeht, müsste man eigentlich das Racket-Nuster an diesen drei Formen auch noch mal stärker runterdeklinieren. Ich habe das im Buch nur an ein paar Stellen angesprochen, aber es wäre natürlich vom Prinzip her auch noch eine große theoretische Aufgabe. Also ich sage das deswegen nur, weil ich den Eindruck habe, auch in den klassenpolitischen Diskussionen, die wir in den letzten Jahren hier in Deutschland hatten, dass wir es häufig ignorieren, dass neben prekär Beschäftigten, abhängig Beschäftigten, dass die im Verhältnis zu etwas stehen und nicht einfach nur so arm und sonst wie da sind oder Opfer sind. Oder ich beschreibe das ja im Buch, dass wir häufig immer nur als Opfer oder Objekt behandelt werden, was viel zu kurz geschossen ist. Und deshalb ist es wichtig, ihr Verhältnis zur herrschenden Klasse zu klären. Also wie stehen Sie zu der herrschenden Klasse im Verhältnis? Was determiniert Ihr Verhältnis? Und so komme ich auf den Begriff der Beutegemeinschaft, weil es natürlich vom Prinzip her Reproduktionsräume gibt, in denen es ein Agreement gibt, also zwischen den Kapitalfraktionen und den abhängigen Klassen. Und dieses Agreement auf bestimmten Beuteanteilen etc. halt rekurriert. Und man damit, also meine These ist ja die, dass der Klassencharakter durch diese Beutegemeinschaften massiv beeinträchtigt wird, sagen wir mal so. Also es gibt den Klassencharakter, der auch immer wieder aufkommen kann, wenn diese Beutegemeinschaften zerbrechen. Also wenn die herrschende Klasse sagt, ihr kriegt jetzt nicht mehr so viel vom Kuchen ab oder ich schmeiß euch raus oder sonst wie. Solche Effekte kennen wir aktuell, von den Abstiegsängsten der unteren Mittelschicht aus dem Rust Belt in den USA, die dann alle Trump gewählt haben. Darüber schreibe ich auch zwei Sätze in dem Buch, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, die unteren Mittelschichten im Rust Belt können ein Stück weit dafür herhalten, was passiert, wenn diese Beutegemeinschaften zerbrechen. Und dann ist eben halt immer die alte Frage, kommt der Klassencharakter in einer revolutionären, fortschrittlichen Art und Weise, drückt er sich aus oder drückt er sich eher reaktionär aus. Deshalb zitiere ich in meinem Buch häufig Barry Moore, weil der das so schön beschreibt, dass diese Situation, wenn das Gerechtigkeitsversprechen, der ungeschriebene Gesellschaftsvertrag gebrochen wird, das Gerechtigkeitsversprechen, was wir auch eben halt in einer Beutegemeinschaft haben, zerbrochen wird, dann gibt es entweder Revolution oder eben halt Reaktion, wobei der häufigeren Fall eben halt Reaktion ist und nicht Revolution. Das ist so kurz gesprochen so ein bisschen so der Zusammenhang, in dem ich das thematisiere, ist natürlich ein großes Feld, aber ich würde mal jetzt ganz verlaut sagen, der Rest steht im Buch. Also ja, Klassenkompromiss und Kooperatismus, das sind ja Begriffe, die das halt eben andeuten, dass es sozusagen eine Einbindung, Beteiligung gibt und damit auch sozusagen Zustimmung ja sozusagen generiert wird und man wird an der Beute beteiligt und bleibt trotzdem aber auch in einer unsicheren Position. Und ich habe neulich den Film American Gangster mir zum ersten Mal angeschaut und fand es da irgendwie ganz interessant auch, weil da was vorkommt, was du angedeutet hast, dass der Protagonist, der ja sozusagen so eine neue Mafia oder einen neuen Drogenmarkt sich da erschließt und der aber sozusagen sich darüber beklagt, dass die Ehrlichkeit des mittelständischen Handwerks in den USA zerstört wird, was ja genau sozusagen darauf rekurriert, sozusagen ja, dass damit bestimmte Werte verbunden sind und auch die Mittelklassen halt irgendwie so dieses prädestinierte Feld eben für diese Rackets sind eben. Richtig, richtig. Also ich meine, man könnte, man kann da auch noch mal ein bisschen stärker reingehen in Klassenfragen. Ich habe das auch an verschiedenen Stellen thematisiert, aber es müsste eigentlich noch, also weil du gerade Mittelstand, Kleinbürgertum, Handwerk ansprichst, ist eine hochinteressante Frage, die nochmal auch eine andere Dimension hat, weil in diesen Bereichen natürlich nicht so großartig Merkmale herrschender Klassen vorkommen, sondern auf der Ebene, auf dieser Kleinhändlerebene noch eine ganz andere, wie soll ich sagen, Verlorenheit zum Tragen kommen kann, wenn Gesellschaft etc., aber eben halt auch im Rahmen von Kapitalfraktionen dieses Kleinbürgertum schutzlos irgendwo alleingelassen wird. Also dieser Effekt ist auch nicht so uninteressant, aber gut, da will ich jetzt gar nicht groß einsteigen. Das wäre auch noch mal eine interessante Sache, wie sich Rackets in diesem Kontext verhalten. Ich habe das zum Beispiel beschrieben an der Entwicklung der Ringvereine in der Weimarer Republik, der Jakuza in Japan, der Hells Angels in den USA. Das sind alles Phänomene, wo wir diesen Verlorenheitscharakter einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht sehr gut ablesen können. Also das sind meist Kriegsheimkehrer, die sich in einer bürgerlichen Gesellschaft schwer einordnen können und in mafiaähnlichen Räumen versuchen zu überleben. Das sind vom Prinzip her ja auch Dinge, die wir heutzutage auch noch in vielen Bereichen erleben, nur nicht eben halt mit solchen, wie soll ich sagen, Distinktionsmerkmalen wie bei diesen Gruppen, die einen bestimmten Ehrenkodex hatten, kennen wir ja alles und auch einen bestimmten politischen Output hatten. Also eigentlich immer den der Vergeltung, der spielt immer eine große Rolle, der Strafe, Rache, Vergeltung. Deshalb die Racket-Theorie ja auch oft immer als Gewalttheorie thematisiert wird. Also das ist ein interessantes, großes Thema. Ich muss nur aufpassen, dass ich da jetzt nicht zu doll einsteige, weil sonst wird es zu lang. Ja, genau. Ich will noch einen anderen Aspekt aufgreifen, den du schon angedeutet hast, nämlich der Bezug zu den aktuellen linken Debatten, wo man ja sagen kann, in linken Debatten wird derzeit vor allen Dingen vor verschwörungstheoretischen Denken gewarnt, ja auch zu Recht, aber man könnte eben sagen, der Begriff des Rackets beschreibt eben gerade, wie sich die herrschenden Klassen tatsächlich real verschwören und sie wären ja auch schon blöd, wenn sie das nicht tun würden. Es kommt dann vielleicht darauf an, wie man eben versucht, diese realen Verschwörungen zu beschreiben, ob man die realen sachlichen Grundlagen und Bedingungen von Macht in dieser Gesellschaft mit einzieht oder ob man eben ein einzelnes Racket als weltumspannende Macht beschreibt, was sicherlich verkehrt wäre. Was würdest du denn sagen, in welchem Verhältnis stehen Verschwörungstheorie und Racket-Theorie? Ja, das ist ein ganz großes Thema bei der ganzen Geschichte. Also ich fange mal damit an, dass natürlich die Rezeption der Racket-Theorie der Frankfurter Schule, der kritischen Theorie, oft unter diesem Verschwörungsvorwurf diskutiert wurde. Das impliziert natürlich schon dieser Racket-Begriff an sich, der von einer verschworenen Schutzgeldgruppe redet, bis hin zur Einordnung der Racket-Theorie in die politische Theorie der Frankfurter Schule. Dort gibt es genügend Indizien und Merkmale, die das begründen, also die den Vorwurf der Verschwörungstheorie begründen. Das liegt zum Teil daran, dass der Racket-Begriff, gerade was die Notizen der Nachkriegszeit von Horkheimer betrifft und die klassentheoretischen Vorarbeiten zur Dialektik der Aufklärung, dort wird der Racket-Begriff oft widersprüchlich verwendet, oft sehr fragmentarisch. Das bietet genug Anlass zu sagen, das ist ein bisschen komisch, wie die drüber schreiben. So, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, dass in der Dialektik der Aufklärung, also vom Prinzip her eigentlich in der großen These der Frankfurter Schule bezüglich der Aufklärung, also der Widersprüchlichkeit der Aufklärung, die Grundannahme hintersteckt, dass Herrschaft, und das würde, glaube ich, niemand bezweifeln, und das ist halt auch eine Frage von Ideologie, dass Herrschaft als Herrschaft an sich natürlich immer verschworen ist gegen den Rest, weil der Rest nicht weiß, wie sie beherrscht werden. Also das ist eine Grundannahme, die uns heutzutage ein bisschen verloren geht, kann man schon beinahe sagen, aus ideologischen Gründen. Interessant finde ich, dass dieser Verschworenheitscharakter der Herrschaft jetzt gerade ganz hoch aktuell in der neuen Publikation vom unsichtbaren Komitee aus Frankreich ganz vorneweg thematisiert wird. Also die haben wirklich eine racket-ähnliche Thematisierung der Verschworenheit von Herrschaft und die finde ich hochinteressant. Also wo sie auch mit aller Deutlichkeit sagen, hier beginnt Verschwörung und da endet Verschwörung. Nicht in diesem gängigen, natürlich völlig abgegrenzt zu diesem gängigen Querdenker und sonst was Geschichten, die wir seit ein paar Jahren erleben, wo man sich auch immer fragen muss, wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es heraus. Also ich meine, die größte Verschwörungstheorie des 21. Jahrhunderts ist die, dass alle Arbeitslosen faul sind und nicht arbeiten wollen, die marktgängig ist in der Bild-Zeitung, überall stand, hin und wieder immer noch steht. Also das muss man sich einfach auch immer vor Augen führen, wo haben wir im normalen gesellschaftlichen Diskurs anerkannte Verschwörungstheorien und wo werden bestimmte Dinge als Verschwörungstheorien gebranntmarkt. So, nächster Punkt zu einer, also nach meinem Verständnis und ich glaube auch, das ist das gängige Verständnis und da muss ich dich auch ein bisschen kritisieren, weil du das eben gesagt hast, ich schreibe es ja auch in meinem Buch, zu einer Verschwörungstheorie gehört immer ein Plan. Also das, wir kennen den Schwachsinn von den rechtspopulistischen Verschwörungstheorien, Bill Gates hätte einen Plan und hier ist ein Plan und da ist ein Plan. Ich kritisiere das in meinem Buch vehement. Also es gibt weder ein Generalplan noch gibt es ein Generalkartell. Auch wenn es, und da muss man eben halt konkret drüber diskutieren, auch wenn es Praxismuster gibt, wie kapitalistische Herrschaft determiniert ist oder konkret gesagt, wie die herrschenden Klassen politische Praxis betreiben, aber dieses Muster hat nichts mit einem Generalplan zu tun, sondern dieses Muster ist natürlich einfach, ja, also dass das landläufig überall vorhanden ist, Geld scheffeln, Profit machen, Rendite machen, und wenn das schon der Generalplan ist, dann mag die Welt verschworen sein, aber es gibt keinen einheitlichen Generalplan in der herrschenden Klasse, das ist viel zu sehr zerstritten, verkämpft, konkurriert, viel zu stark, etc. und es gibt dementsprechend auch keinen Generalkartell, das irgendwo, ob in der Wall Street oder sonst wo sitzt, diese Kräfteverhältnisse, wie wir es auch in der martialistischen Staatstheorie erkennen, die sind nicht nur dynamisch, die müssen dynamisch sein, weil wenn sie nicht dynamisch sind, dann haben wir solche Staatsrecords wie in der Sowjetunion, die irgendwann aufgrund ihrer Primitivität einfach zusammenbrechen, und solche starren Rackets gibt es weltweit auch immer noch in einigen Ecken, wo wir auch deren Zusammenbruch beobachten können, also das zum einen, zum zweiten ist es immer auch noch ein kleiner Aspekt zum Thema Verschwörungstheorie, gibt es auch unterschiedliche nationale Herangehensweisen, Diskurse an den Begriff und ich finde es immer interessant, dass es gibt in den USA ein Racket-Gesetz, also das heißt richtig Racket, auch wenn es irgendwie kaum was nützt, was genau gerade gegen den USA, ist man da ja sehr empfindlich, gegen irgendwelche Verschwörungen etc. agieren soll, es gibt diesen Conspiracy- Paragrafen in den USA, also dort geht man im angelsächsischen Raum geht man mit diesem Begriff ein bisschen einfacher um, vielleicht auch aufgrund eines ein bisschen freier oder freier gestalterteren Diskurses, in Deutschland ist das immer so, dass man schnell in den Verdacht kommt, irgendjemanden ans Bein zu pinkeln und das ist nach oben hin immer ein bisschen ideologisch gesehen immer ein bisschen schwieriger in Deutschland als nach unten, also sprich halt, das ist die alte Geschichte mit oben buckeln und unten treten, das ist schon interessant, wie der Diskurs hier ist, obwohl, letzter Satz, hier, wie wir das beim Diesel-Skandal bei Wirecard kennen, ich bin jetzt gerade ein bisschen am Hadern, ob das nicht auch bei Kamp X schon das gelickt ist, hier neuerdings sehr viel häufiger als noch vor 20 Jahren wegen bandenmäßigen Betrugs ermittelt wird. Das ist ja nochmal ein anderes Delikt als einfach nur Betrug, aber bei Wirecard ist sozusagen die höhere Stufe des bandenmäßigen Betrugs, also das ist nicht nur vor den Gerichten, sondern auch im Untersuchungsausschuss hier im Bundestag, wird so darüber gesprochen und da kann man sich natürlich schon mal fragen, wenn es hier um Banden geht, um Absprachen, geheime Absprachen, ob das nicht auch vielleicht, kann man durchaus auch das Wort Verschwörung gebrauchen, bei solchen Fällen, das heißt jetzt nicht innerhalb, dass alle so sind, sondern nur bei solchen Fällen. Um vielleicht in unserem Gespräch auch nochmal so einen Gegenwartsbezug herzustellen, dein Buch enthält ja ein Kapitel über die Sichtbarkeit von Rackets im Neoliberalismus, was würdest du denn sagen, ist die Rolle von Rackets im Neoliberalismus oder anders gefragt, wie verändern sich vielleicht im Neoliberalismus gesellschaftliche Strukturen, dass da die Praxis von Rackets begünstigt wird vielleicht? Also ich habe es eigentlich an zwei, also ich mache es eigentlich an zwei Prinzipien fest, also einmal an der Frage der Staatlichkeit. Wir wissen es alle, dass der Neoliberalismus privatisiert an allen Ecken, also staatliche Funktionen privatisiert, Krankenhäuser privatisiert, Dinge, die eigentlich nach, sagen wir mal so, nach normalen Prinzipien, und da spreche ich nicht von den Prinzipien des absolutistischen Staates, sondern nach den normalen Prinzipien einer solidarischen Gemeinschaft, wie wir sie im Mittelalter und davor schon hatten, es eigentlich bestimmte Dinge gibt, die nicht in Privatbesitz gehen, also die einfach allgemein gut sind. Wir kennen das aus den Allmende, Cummins Diskussionen, etc. Und wir haben im Neoliberalismus halt eine Extremform der, wie wir das ja schon immer in der Debatte sagen, der Vermarktlichung aller möglichen gesellschaftlichen Prozesse. Und das gibt natürlich dem Wreck-It-Muster politischer Praxis Auftrieb, weil sich dadurch Gruppen in der Gesellschaft viel einfacher diesen Praxismustern, diesen Praxismuster aneignen können, um zum einen natürlich Rendite zu erwirtschaften, um zum anderen in bestimmten Räumen Souveränität aufzubauen, ob kriminell oder nicht kriminell. Das heißt, es kommen archaische im Neoliberalismus viel stärker archaische Prinzipien dieser Staatlichkeit zum Vorschein, wie wir sie vorher nicht so offensichtlich gesehen haben. Wir sehen das ja auch an den Ungleichheitsdebatten, also wie viel einfacher sich Superrich mehrwert aneignen können, ohne das auch nur irgendwo zu legitimieren, weil sie gar nicht mehr besteuert werden, weil sie ihrer eigenen Großkonzerne aufbauen, etc. Also das sind alles Mechanismen im Diskurs, die diese archaischen Prinzipien vorantreiben. Ein zweiter Punkt, den ich ja in meinem Buch thematisiere und der nicht so unerheblich ist, ist die Frage, da muss man sich auch immer darüber im Klaren sein, was haben wir in neoliberaler Theorie eigentlich für Racket-Prinzipien? Und da bin ich nun an vielen Ecken drauf gestoßen, nicht nur ich, auch viele andere schon, dass wirtschafts- Nobelpreisträger, neoliberale wirtschafts- Nobelpreisträger ganz offen sagen, ja eigentlich ist es ja komisch, dass überhaupt Raub verboten ist, und eigentlich ist die Mafia ja irgendwie eine der effektivsten Organisationen für liberale Wachstumsideen etc. Das versuche ich halt mit ein paar Beispielen in meinem Buch deutlich zu machen, wo meiner Ansicht nach in der neoliberalen Theoriebildung dem Racket-Muster Vorschub geleistet wird und wo normativ, also die neoliberale Theorie kennt ja irgendwie Kritik sowieso nicht, also normativ in einem konzeptionellen Rahmen Prinzipien dargelegt werden, die in der kritischen Theorie, also in der Sozialkritik des Rackets sozusagen kritisiert werden, deutlich gemacht werden, also da überschneiden sich zwei Bereiche, auch in der Theoriebildung, also das, man könnte es jetzt auch nochmal ein bisschen überspitzt sagen, das, was man heute an Wirtschaftstheorie an den Unis lernt, hat durchaus viele Prinzipien, die eigentlich irgendwie sagen, das Idealbild ist ein Racket, wenn du so handelst, machst du am meisten Mehrwert Gewinn, so kannst du durchstarten. Ja, das sind die beiden Bereiche, mit denen ich den Zusammenhang von Racket und Neoliberalismus diskutiere. Vielleicht eine abschließende Frage, wenn ich dein Buch richtig verstanden habe, dann ist ja die Perspektive schon sozusagen das Grundanliegen, Klassengesellschaft zu überwinden, vielleicht auch eine Gesellschaft jenseits des Herrschaftsprinzips denkbar zu machen und dem steht natürlich das Racket entgegen, als eben eine konkrete Praxis von herrschenden Klassen. Was wäre denn die Perspektive jenseits des Rackets? Also ja, was kann man sagen, wie überkommt man das Racket-Prinzip? Ja, das knüpft eigentlich auch eben halt an die Auseinandersetzung mit Neoliberalismus an. Ich muss voranschicken, ich bin in meinem letzten Kapitel, wo ich sozusagen Ansätze zur Überwindung der Racket-Gesellschaft ein bisschen konturiere, da bin ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, also so ein bisschen diffizistisch im Rahmen der Racket-Theorie und zwar deswegen, weil ich mit aller Deutlichkeit schreibe, dass demokratische Kollektive, also transparente, offene demokratische Kollektive die Alternative zu Rackets sind. Nun haben wir bei Horkheimer als auch bei den einen oder anderen, also einen oder anderen meine ich jetzt Kirchheimer, Adorno oder auch in der amerikanischen Debatte, ob bei Tilly etc., haben wir, na, ich will nicht sagen häufig, aber manchmal den Bezug oder die These, ein Kollektiv ist ein Racket. Da muss man sich natürlich immer ein bisschen konkreter darüber Gedanken machen, was ist denn eigentlich ein Kollektiv? Also ist ein Kollektiv jetzt einfach eine, was weiß ich was, eine Makramee-Gruppe ist ein Kollektiv irgendwie, der Rotary-Club ist ein Kollektiv, naja und so weiter. Also ich meine, man kann sich natürlich auch darüber Gedanken machen, was ist eine soziale Gruppe, wo ist die soziale Schließung einer Gruppe, also im Sinne von Max Weber. Das sind Dinge, die man klären kann, vielleicht auch muss, die ich vielleicht in meinem Buch auch nicht so in aller Tiefe kläre, wie, ja, wie man es machen müsste. Also ich habe da schon von ein, zwei Seiten ein bisschen Kritik erfahren. Ich nehme die an, würde das aber deshalb jetzt nicht meinen Begriff von Kollektiven gänzlich infrage stellen, weil er einfach einen Weg deutlich macht zur Überwindung von Rackets. Meine These ist halt die, die gängige, dass im Neoliberalismus zwischen Individuum und Staat vermittelnde Instanzen sein müssen, weil sonst haben wir eine rechtspopulistische Reaktion, die an Kollektive oder an Allgemeinen Plätze appelliert, die gar nicht vorhanden sind, also die Mythen sind, wie das Volk oder wir Deutschen oder was auch immer. Kollektive können diese Ansprüche, Ressentiments, also demokratische Kollektive abfangen und vermitteln und in vernünftige Bahnen lenken. Das ist sozusagen meine These, also die ist auch nicht neu, die ist in der Faschismusanalyse, taucht sie an vielen Ecken auf. Also auch im Sinne von die liberalen Gesellschaften brauchen immer diese vermittelnden Instanzen, also man kann es auch umgekehrt formulieren, deshalb war die nationalsozialistische Gesellschaft so durchhierarchisiert mit den ganzen Organisationen, weil die liberale Gesellschaft da bestimmte Dinge nicht irgendwie einhalten konnte und wir sind wieder an einem ähnlichen Punkt. Das ist, den Liberalen ist das egal, also die sind kollektivfeindlich, genauso wie die neoliberale Theorie wie Hayek etc., das sieht man auch an den bürgerlichen Revolutionen, also die Meinungsfreiheit war viel früher vorhanden, genauso wie die Versammlungsfreiheit als die Vereinigungsfreiheit, also dafür hatten immer die Liberalen in den bürgerlichen Gesellschaften Angst, dass sich Gruppen bilden, die ihnen, weil sie wussten natürlich, dass die Leute da unten in der Mehrheit sind und wenn die sich zu Großgruppen zusammentun, dann ist ihr Eigentumsprivileg infrage gestellt, ist das Eigentumsprivileg der herrschenden Klassen infrage gestellt und das bedroht natürlich ihre Situation. Ja, aber könnte man da auch wieder mit Beutegemeinschaften ansetzen, aber das mache ich jetzt nicht. Also, kurz gesagt, um vielleicht noch mal Beispiele zu geben, solche Formen von Kollektiven, die die Racket-Prinzipien einschränken können, die sehen wir zum Beispiel, also nur mal um ein Beispiel, also eine Sache zu nennen, in Chiapas, in Chiapas, die kleine Revolte in den 90er Jahren befinden, wie wir es heute haben, ist eigentlich, beruht eigentlich auf diesem Prinzip. Wir wollen keine Hierarchien von draußen, wir wollen keine Polizisten von draußen, wir lösen unsere Anliegen als demokratisches Kollektiv selber. Anders gesagt, noch mal, oder ein anderer Aspekt noch mal da drin, in genossenschaftlichen Organisationen sind natürlich Rackets oder Korruption nicht gänzlich ausgeschlossen, das will ich überhaupt gar nicht behaupten, weil sie, solange Genossenschaften im Kapitalismus existieren, haben wir es immer wieder, aber sie sind weniger, das ist sozusagen noch mal eine These von mir, sie sind weniger von Racket-Prinzipien eingenommen, weil sie demokratisch organisiert sind, demokratische Führungsgremien organisieren, etc. Und das ist eigentlich mein Appell zur Überwindung der Rackets, wir brauchen endlich Demokratie in allen gesellschaftlichen Bereichen und inklusive der Wirtschaft, der Betriebe, etc. Es macht keinen Sinn, immer über Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu reden und dabei sozusagen den gleichwertigen Ausbau der Demokratie in den Betrieben zu vernachlässigen. Wir brauchen endlich mal Menschenrechte, die über dem Eigentumsrecht stehen. Weltweit steht immer das Eigentumsrecht über Menschenrechte. Und dann ist es kein Wunder, dass wir an allen Ecken unseres gesellschaftlichen Systems Merkwürdigkeiten haben, wo sich viele Leute irgendwie nur an den Kopf fassen. Inklusive esoterischen, das kriegen die Gewerkschaften ja permanent mit, esoterischen Deutungen der Arbeitswelt in diesen New-Work-Konzepten etc., wo es ja wie im Neoliberalismus üblich alles mikropolitisch auf Individuum projiziert wird, im Sinne von Demokratie ist eine Haltung, aber keine Frage der Institution. Also da schießen wir uns wirklich selber ins Bein und dann muss man sich auch über soziale Ungleichheit, gesellschaftliche Brüche, alles das, was wir gegenwärtig als problematisch empfinden nicht wundern und wir sehen es ja zum Teil auch wie ratlos, hilflos liberale Eliten mit diesem Problem umgehen. Ein Vielen Dank.